Yo, es geht ab meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, wenn ihr euch fragt, warum nimmt er sein Intro auf, wenn es draußen noch hell ist und komplett am Arsch ist. Schaut bei N.E. mal vorbei, ich habe spontan bei ihm noch eine Windchallenge mitgemacht und ich weiß nicht, ob er es hochlädt auf seinem Zweitkanal oder sonst guckt er es auch mal auf seinem Twitch-Kanal an. Digga, das ging noch so lange bis 5 Uhr morgens, deswegen mache ich jetzt erst das Intro und schneide gleich noch das Video. Wir haben gestern zusammen mit euch 40 Stück von diesen Chapshifter-Packs geöffnet, das werde ich heute, denke ich, noch im Stream öffnen. Ich muss sagen, geistesgestört und ich glaube, ich habe das auch in den Titel geschrieben. Wir haben, ja, einer hat Messi gezogen und dann ist was ganz, ganz Verrücktes passiert, beziehungsweise nicht verrückt, EA-typisches. Was dann passiert ist, schaut euch das gerne an. Es gab ungefähr 40 Stück haben wir zusammen mit euch geöffnet. Viel Spaß mit dem Video, oben ja heute Abend wieder streamen, momentan viel Stream, viel Content und da war natürlich auch viel Liebe von euch, deswegen gehen wir weiter DanCry. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Video. Okay, let me see, what do you get? Erstes Chapshifter-Pack, show me. Ist das hier ein garantiertes Erwarten-Mukiele-Pack? Schminatkow, oh, not bad. For free? Ist das sozusagen for free gewesen? Alter, Schminatkow ist nice. Ist, glaube ich, noch 250k-Wert, ne? Warte, warte, öffne du doch die Rechte. Mach doch einfach, mach du einfach, Junge, Bruder. Komm, komm, mach, 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 bitte, mach. Okay, komm. Egal wer, weil FIFA-Jucken-Fähne nicht, aber egal wer trotzdem. Bitte Davis. Oh, Roberts now, Alter, ist nicht schlecht, oder, Chad? 250k kostet ja, ist gut. Alter, die sind echt nicht schlecht, diese Chapshifter-Packs, hä? For free, halt, nehmt mal mit. Ey, möchte ich machen. Viel Glück, come on, gönn was Geiles. Gönn, äh, Davis vielleicht. Davis auch geil. Der hat mir gefallen am Wochenende. Oh, Atal, Alter, die sind ja richtig krass bis jetzt. Hä, wie, hä? Super. EA macht ja kein Auge heute. Was denn da los? Das hast du auch, glaube ich, im Team. Okay, Chapshifter jetzt. Ah, Mokele wäre sogar gut gewesen. Mokele ist, ich finde es, er wäre 70k, ist eher ein L-Chat. Auch wenn er okay gespielt hat bei mir. Okay, das ist das Gute. Bis jetzt waren die gut bis jetzt. Come on, Chapshifter, man. Shape it, shape it. Mokele, back to back. Oh, Robertson ist nice. Das ist nice. Über den würde ich mich auch freuen. Sehr, sehr nice. Robertson ist, äh, wie du dich hast, pick eigentlich. Ah, ja, der schlechteste, ne, vom Wert her. Sanjus. Nice, wie geil. Schau mal. Oh, oh mein Gott. Alter. Ja, ich sag also, ich bin nicht mehr Auge, alle mitzufrieden. Das ist ja richtig, den würde ich sowas von nehmen, die Jungs. Der hat mir so gefallen am Wochenende. Däger, das ist ja richtig gut. Alter, 500k, Junge. Ein bisschen mehr Hoffnung. Merci bei dir, mit dem Bruder. Der war zu einem Dogshit. Der ist komplett Dogshit-Chat. Der ist richtig Schrott. Okay, good luck, man, good luck. Come, damn me, Kaludu. Kaludu? Oh mein, nein. Merci! Nein, nein, nein. Was? 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 Nee. Das, das, oh mein Gott, dicke. Was? Hä? No. Das kann jetzt nicht sein, Chat. Ich hätte niemals gedacht, dass er zu ziehen ist, Chat. Ich hätte niemals gedacht, dass er aus diesem Free-Pack zu ziehen ist. Oh mein Gott. Was? Was? WTF? Hey, good luck, mate. Good luck, good luck. Good luck, mein Freund. Good luck. Ah, Everton, ne? Fuckshit. Also das ist... Himmel und Hölle. Das ist absolute Hölle, Digger. Der ist so Schrott, Digger. Der ist auch nichts wert. Bitte. Hazard wäre wirklich perfekt für den Team. Hazard? Nein, nein, kein EV. Hm, okay, Leve. Ich hab Militant, Varane, ich hab Arnisch. Weiß nicht, ob ich das gemerkt habe. Der kommt hier immer so richtig, mein Team ist richtig schlecht. Da kommt der Hazard. Warum ist das jetzt gar nicht gut? Wer ist das denn? Sanjus. Ach, nein. Ich glaube, wir werden nichts mehr sehen. Der Messi hat alles ausgesaugt jetzt. Ich glaube, auch weil die anderen Streamer überhaupt nicht gucken, Chatty. Du kannst da nicht Neymar ziehen. Ich würde meine Hand oft ins Feuer legen, dass man da nicht Neymar und Messi und Ronaldo ziehen kann. Okay, gucken wir mal. Werden die besser oder werden die schlechter? Oh, Spinazzola. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Spinazzokopf ist ein großer Wunsch. Das ist ein großer Wunsch. Okay, viel Glück. Ach, danke. Viel Glück. Kalulu wenigstens. Nein, wieder ein Mokela. Unlocky, Mann. Weiß nicht was. Schau mal, ob wir durchgehen. Hazard oder ein Son oder noch mal ein Messi. Noch mal ein Messi wäre krass, aber es ist voll oder nicht krass. Nicht mitnehmen. Oh, Bermejang. Auch nicht schlägt. Ist gut. Ist gut, Jungs. Ey, die sind echt geil, diese Schöpfchenklappacks. Wirklich, ich bin echt beeindruckt, wie gut die Packrate ist. Ich bin wirklich beeindruckt, Jungs. So, Scheiße. Okay, komm. Gucken wir mal. Okay, jetzt fängt es echt langsam an. Jetzt werden die Packs leider schlecht, Digga. Das gibt es doch nicht. Einmal was Gutes, Bruder. Komm. Robertzen. Das ist nice. Robertzen nimmt man mit. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Den würde ich auch mitnehmen. Wenn ich kein Messi ziehen sollte. Okay, jetzt kommen wir zum Ship Shifter Pack. Das ist das große Pack. Schaffen wir nochmal einen Booten zu ziehen. Ich würde sagen, beim nächsten Booten, hör mal auf. Der ist ja erst, ja. Oh mein Gott. Craylish nochmal, Alter. Holy shit, die sind echt geil, die Packs bis jetzt. Der ist nice. Craylish ist... Hast du den nicht schon, Jungs? Ja, Bruder, den haben wir schon. Ach, den hast du schon. Ja, dann, ja. Dann Big L, mein Freund. Vielleicht schaffen wir noch Hazard und Zon. Oder nochmal Messi. Zon. Kalolo? Ja. Also, Mike hat den Picks. Man muss ehrlich sagen, in den letzten Wochen ist das beste Pack von Pack Value her. Da kann man wirklich viel gegen ziehen. Spinazzola. Auch nice. Auch sehr, sehr geiler Kupfspieler. Spinazzola. Nimm mal auch mit. Auch sehr, sehr nice. Viel Glück, mein Freund. Danke. Ich hoffe, der kommt. Moin. Super. Das ist leider Müdl-Chat. Wir sind jetzt Müdl. Ja, schade, man. Schade, schade. Wenn Messi kommt, dann bleib ich so lange, bis dein Fazit wieder geht. E-Stalk. E-Stalk. Okay, wir sind, glaube ich, langsam wieder an einem Punkt angelangt, wo die Packs schlechter werden. Du kannst ja keine Runde aduzinen. Du kannst es einfach nicht. Lügen bei Runden. Good luck, Mann. Good luck. Come on. Noch einen guten zum Abschluss. Ja, okay. Ich glaube, die Packsmith ist tot. Ich glaube, die Packsmith ist fucking tot. 3-3-3-3-3-3. Nur Messi einfach. Nur Messi. Schauen wir mal. Warten wir mal Atal, Liga. Atal auch nice. Boah, den würde ich auch nehmen. Auch geile Karte, Jungs. Kannst du mal Team reintun? Gut. War die FIFA der Einzige, der den Messi hat. Ja, bis morgen zieht dann auch keiner mehr. Der hat alles weggezogen. Bis morgen mitten keiner mehr ziehen, ey. Der einverteidiger. Das ist okay. Das ist was wert, ne? Kalulu aber. Nicht der Dings. Nicht der Mukir. Das ist sehr, sehr gut sogar. 2-9 Tempo. Krass, Alter. Das ist gut, Kalulu. Weil ich dachte, der Mukir jetzt. Was der kostet. Alter. Okay, 300k. Aber ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Kalulu ist gut. Jetzt hole ich mal meinen Ballerinen ab. Ich glaube, ein bisschen besser bei dir. Ich glaube, ein Mittelfeldspieler ist ein guter. So ein Atal sehe ich da. Ein Spinatkopf oder ein Robertson. Oder den Schlechtesten. Oder den Schlechtesten. Ja, shit. Good luck, my friend. Ruhig. Ja, die sind tot, Amy. Die haben die Pack-Bände wieder verändert, glaube ich. Okay, so. 2, 1 und, komm. Wir haben sehr Wett. Na, Kalulu vielleicht noch? Oh, der Schlechteste. Oh, nicht der Schlechteste, aber der Schlechteste. Ja, 3, 2, 1. Come on. Perfekt. Okay, gut, komm. Dann jetzt hier, wenigstens. Ich bin in den Nachkopf zufrieden. In den Nachkopf wäre er schon zufrieden. Ja, die ist auch so. Hey, was? Hä? Chat, was ist passiert? Was ist passiert, Chat? Hat er ihn wieder runtergeschraubt? Ja, er hat es gar nicht wieder runtergeschraubt, die Scheiße. Okay, dann viel Glück. Sag mir, du fielst best, ein Pack. Hoffen wir mal auf keinen Ballerien, Mann. Ja, bestimmt. Sann, tschüss. Alter, was haben die gemacht? Der, man kann es live exposed, Digga, yay. Wie hat Pickweight verändert? Okay, viel Glück, viel Glück, viel Glück. Nein, oh, fuck. Ey, die Packs sind komplett totgebrochen gegangen. Ich bin da sogar zufrieden. Okay, viel Glück, viel Glück, viel Glück. Good luck, good luck. Komm, get the Packweight up. Oh, nee, den hab ich schon. Ey, was haben die gemacht mit der Packweight, Chat? Jetzt mal real, doch. Was haben die mit der Packweight gemacht? Jetzt kommen die letzten 10 Packs. Nur noch scheiße, Mann. Das kann doch nicht sein. Aber einfach waren die so gut und jetzt haben die irgendwas geändert, Chat. 100 Prozent. Okay, gucken wir mal, ob die Packweight sich jetzt so hinten raus noch ein bisschen verändert hat. Die letzten 10 Packs waren ja komplett bodenlos, muss man ehrlich sagen. Atal? Ja, Robertson, immerhin. Robertson ist okay. Über den würde ich mich auch freuen, beim zweiten Run. Kalulu? Mokierende. Ist ja auch nichts Besonderes. Okay, viel Glück, viel Glück. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Nee, Chat. Ich kann das nicht öffnen, Chat. Ich kann mein Pack nicht öffnen. Look at this. Sanjuice, again. Komm, was tut das mal jetzt? Komm, Gif, Atal. Spinatkopf, Robertson. Oh, mein Gott. Was haben die gemacht? Die haben die Packweight verändert. Ja, warte kurz. Kurz, merci. Bitte, gib ihm was Gutes. Bitte nicht Spanien. Merci, Ati. Ist ja. Dann Kalulu. Ich f***ing can. Immer die vier Spieler. Everton. Ballerin. Bellerin. Mokierle. Und fucking, wie heißt andere Mech ist da? Mann, was haben die gemacht? Ich kann mein Pack nicht öffnen, Chat. Ich wünsche viel Glück, mein Freund. Komm, do something, EA. Do something. Please, do something. Mach irgendwas Gutes jetzt. Oh, mein Gott. Das haben sie gemacht. Das macht gar keinen Sinn mehr heute, Chat. Das ist mei... Ihr habt alles kaputt gemacht, Digga. Die haben einfach irgendwas gemacht mit den Packs. Das ist die neue Kronologin. Das ist die neue Kronologin. Okay. Meine Baby.